Mach alles, was er sagt. Okay, er hat für eine Stunde bezahlt, aber das sind bloß 45 Minuten. Das ist meine kleine Shara. Wir haben kein Geld. Wir haben keine Bleibe. Wir haben nichts. Ich könnte da reingehen und würde genug Geld machen, um die Miete für eine Woche zu haben. Du gehst da rein und bekommst die Miete für zwei Wochen. Klar? Wir haben nur dich und mich. Hast du dir mal vorgestellt, einfach ins Meer zu gehen? Und was dann? Trinkst du? Du treibst weg. An einen besseren Ort. Bist du dir darüber im Klaren, was wir hier machen? Ich hab das schon gemacht. Was genau hast du gemacht? Mit Männern für Geld geschlafen? Zeig mir deinen Arsch. Du siehst großartig aus. Meine Mom hat mir beigebracht, dass alles seinen Preis hat. Wir können zusammenleben, wie es geplant war.